Musik So, und da sind wir wieder zurück bei Let's Play Risen 1 Ähm, ja, und hallo Leute, genau Ähm, ich wollte euch zeigen, wie man aus der Stadt rauskommt Jetzt muss ich nur schnell schauen, wie viel Zeit hab ich noch in dem Ding Ich habe zwölf Ähm, sieben Okay, alles klar, ich weiß ungefähr, 13, 25, also Genau, ich wollte erst mal zeigen, ähm, wenn man aus der Stadt rauskommt Komm, lass mich durch Und er Du bist mir ja einer Ja, ja, schon gut Also er lacht wirklich, ähm, total bescheuert Ähm, er verarscht den total Also man kann nicht einfach aus der Stadt raus, wollte ich damit nur demonstrieren Es gibt aber dennoch einen Weg, wie man rauskommt Und zwar zeige ich euch das gleich Erstmal gehe ich natürlich komplett den falschen Weg Ja, pfff, jetzt stehst du vor einer Mauer Da kommst du nicht weiter Ne, wir müssen nämlich da hoch Aber wir kommen von hier nicht da hoch Da gibt es einen anderen Weg Ja, komm, geh endlich runter Und zwar musst du in die Kanalisation Was heißt Kanalisation? Du musst, ähm, eben unter dieses Gewölbe gehen So, ne, da ist keine Küste mehr Dann schauen wir die Treppe hoch Denn wir können auf diesen Turm drauf Entwehen wir hier auf diese Treppe gehen Da haben wir so ein paar Sachen noch liegen Aber hier ist so eine unsichtbare Mauer So, da gehe ich außen rum So, da nehmen wir erstmal Pfeile und rum Und ein Wildschweinfell liegt da auch noch, glaube ich Ist es ein Wildschweinfell? Ist es ein Wildschweinfell? Ist es ein Wildschweinfell? Ja, es ist ein Wildschweinfell So, und jetzt speichere ich ab Und, oh, ich sehe, dass ich an der falschen Stelle bin Ich springe erstmal Das war gewagt Ich springe erstmal hier auf die Mauer drauf So, und dann werde ich wahrscheinlich nochmal speichern Oder auch nicht Auf jeden Fall kann man sich die Mechanik zunutze machen Und zwar, wenn man außerhalb der Stadt ins Wasser springt Dann weiß das Spiel natürlich nicht, dass wir von der Stadt aus losgesprungen sind Und, ähm, werden an Land gespült Und befinden uns außerhalb der Stadt Wuhu Ja, das ist ein kleiner Trick Den man nutzen kann Wenn man einfach so aus der Stadt draus will Allerdings ist das sozusagen Dass wenn man das so macht Dass man, ähm Oh, da ist eine Truhe Ich speichere wieder ab Und sie war aber ohne Schluss Das ist gut Ähm, das ist allerdings so zu sagen Dass wenn man wieder in die Stadt rein will Dass das nur geht, wenn man, ähm Ich lasse jetzt hier alles erstmal liegen Weil später sowieso nochmal herkommen Wenn man in die Stadt rein will Muss man nochmal die 100 Gold zahlen Also es empfiehlt sich nicht Dass man hier rein und raus spaziert Vor allem, weil man es eigentlich auch nicht machen muss Es ist nur, wie gesagt Meine Art und Weise durchzuspielen Ist etwas umständlich Anfangs Wir haben jetzt alles, was wir brauchen Bis, oh nein, uns fehlt noch das Gold Ja Also wir haben jetzt eigentlich alles, was wir brauchen Und deswegen, ähm Kann das Spiel gleich losgehen, sag ich jetzt mal Ja, ich weiß gar nicht, was ich großartig erzählen soll Weil wir Maschine durch die, durch die Wildnis Und wir geben uns, ähm Zu zwei Goldadern Weil pro Goldader bekommt man fünf Stücke Golderz Ähm, Golderz braucht man Jaja, lass mich in Ruhe, du Segeier Golderz braucht man, ähm Zum Schmieden von Schmuckstücken Wie man sich vorstellen kann Und wir haben ja diesen Bernstein gekauft Und der Bernstein, ähm Ist für ein spezielles Schmiederezept Deswegen haben wir auch Schmieden auf Stufe 3 gelernt Ähm, erstens Schmieden brauchen wir später sowieso Weil es gibt später ein recht gutes Magier-Amulett Ähm, das sich auf jeden Fall rendiert Wenn man das, ähm, herstellt Und jetzt redet er Hey du Sei vorsichtig, wenn ihr rumläufst Das Gebiet ist noch nicht ganz, so Noch nicht ganz gesichert Ey, ich pass schon auf Bist ein ganz harter Kerl, wa Pass auf Mir ist egal, was du hier machst Oder zu wem du gehörst, ja Aber solltest du Aber du solltest eins klar sein Solange ihr draußen rumläufst Bist du irgendwie nicht so Und weißt schon Und wenn dich Severin da hinten auf dem Bauernhof sieht, ne Äh, das, dann macht er dich fertig Ja Und dann wird sofort verhaftet Verstehst du das? Jaja, lass mich in Ruhe Ähm Oh, ich stehe in Geblieben Genau, wir brauchen Schmieden später sowieso Also diese Lärmpunkte, die wir in Schmieden investiert haben Sind nicht verloren Die Lärmpunkte, die ich in Schlösserknacken investiert hab Sind Ich sag jetzt mal Auch nicht unbedingt verloren Ja, da ist übrigens der Bauernhof Da muss man aufpassen, wenn man sich vorbeischummelt Ähm, die Die, die, die Punkte, die man in Schlösserknacken investiert hat Sind auch nicht verloren Wenn ich, wenn man als Magi durchspielt Kann man drauf verzichten Man braucht allerdings 150 Weisheit Dass man, ähm, die Schlösserknacken Rune verwenden kann Und Leute, ganz ehrlich Äh 150 Weisheit hat man erst sehr spät Und dann muss man die ganze Insel nochmal abgehen Und, ähm Truhen Truhen öffnen und finden Die man, ähm Dann die ganze Zeit stehen hat lassen Und ich hab keinen Bock, dass ich die Insel zweimal komplett durchsuche Einmal reicht vollkommen Also sind die Punkte in Schlösserknacken Auch nicht fehlinvestiert Ähm Genau Und hier ist die erste, ähm Ader Die wir, ähm Ausschürfen werden Äh Es ist jetzt, ähm Ausschürfen Ist ja auch egal Es ist so, wenn man, ähm Von der Ader speichert Und drauf einhaut Dann bekommt man Sicher 5 Goldbarren Oder Brocken in dem Fall Ähm Man kann allerdings Wenn man Lädt Und nochmal drauf einhaut Und das so lange wiederholt Bis ein Edel Also man kann Man kann Also mit einer Man kann mit einer 10%igen Oder 15%igen Chance Den Edelstein bekommen Man kann von der, ähm Erzvorkommen kann man abspeichern Und, ähm Kann das so lange wiederholen Bis man, äh Eben einen Edelstein rausbekommt Allerdings ist mir das ehrlich zu blöd Ich hab das auch noch nie gemacht Ich hab das jetzt einmal gemacht Weil ich aus einer Erzader unbedingt Einen Edelstein raushaben wollte Aber ich mach das generell Nicht an jeder Erzader Also das ist totaler Schwachsinn Vor allem die besten, ähm Die besten Diamanten Findet man, ähm Sowieso Findet man sowieso bei Äh In Truhen oder so Und nicht bei Nicht bei normalen Adern So, jetzt haben wir unsere 10 Goldbrocken Die wir brauchen Also ich hab anfangs Ein Bernstein Genau, ich wollte ja erklären Warum ich überhaupt Ein Volt brauche Wir wollen ein Amulett herstellen Dieses Amulett gibt 15 auf Stärke Ähm Für diese Rezeptur brauchen wir Ein paar Sachen Wir brauchen erstens Eich, ähm Wir brauchen erstens Schmieden auf 3 Das haben wir ja Dann brauchen wir Einen Bernstein Den haben wir ziemlich früh gekauft Von, ähm Dem Schmied Ähm Dings Banditenlager Von Oskar Dann brauchen wir noch Ähm 10 Goldbrocken Die haben wir uns jetzt auch geholt Dann brauchen wir Eine Schmiedezange Und ein Schmiede Ein Goldschmiedezange Und ein Goldschmiede Hammer Haben wir auch Die haben wir damals bei Äh Alvarez gekauft In der Also damals Zwei Parts oder so Bei Alvarez gekauft In der Stadt Und dann brauchen wir noch Ein Goldschmiedetisch Das ist allerdings ein fester Ort Den Ja Da muss man halt hingehen Ne Und da ist Befindet sich allerdings auch einer Bei Oskar im Banditenlager Also das Man muss sich dann nicht nochmal Extra in die Stadt zurück Das ist ganz praktisch Genau Und dann können wir uns eben Ein Amulett machen Das plus 15 auf Stärke gibt Ich glaube ich erkläre gerade Ziemlich viele Sachen Die ich später nochmal erklären werde Sobald ich das ganze Zeug habe Aber ist jetzt auch nicht so dramatisch Ähm Dann haben wir ein Amulett Das ein plus 15 Stärke gibt Und dann haben wir noch vorher Diesen Stärketrank geholt Ähm Aus der Truhe von Leonardo Glaube ich hieße Dem Alchemisten in der Stadt Ähm Und Wenn wir den noch einnehmen Und die 15 Stärke Vom Amulett dazu haben Dann gibt uns das Plus 20 Stärke Wir haben einen Basis Stärkewert von 10 Sprich Wir haben 30 Stärke Und die 30 Stärke Ist genau Die Also genau die Stärke Die man benötigt Um eine Bartachs zu tragen Und ich würde jetzt mal sagen Bartachs ist eine Ist Ist eine ziemlich mächtige Waffe Das werde ich später auch Alles nochmal wiederholen Ähm Genau Ja Wir haben jetzt einen Ziemlich langen Fußweg Vor uns gehabt Wir sind aber gleich Im Banditenlager Da ist wieder Neil Hey Neil Wie geht's du alte Sau Was mir auch aufgefallen ist Es gibt in dem Spiel Verdammt viele Ähm Namen aus South Park Also was heißt Verdammt viele Namen Ähm Ziemlich viele Namen Ähm Aus South Park Und Simpsons Es gibt einmal Nelson Den Kartenzeichner Also Nelson kennt man ja Dann gibt's Mo Ähm Dann gibt's Äh Ich glaub einen Stan Gibt's aus South Park Dann gibt's Äh Dann gibt's Was gibt's noch Dann gibt's nen Ähm Ähm Im Stan Es gibt Es gibt noch Es gibt noch Es gibt Crack gibt's noch Genau Crack gibt's noch Und Es ist noch irgendeiner Gerade dass es Butters nicht gibt Aber ne Ich glaub es gab noch irgendwo Einen dritten Auch aus South Park Ah Aber gut Ähm Ist ja auch wurscht Ich glaub Ich weiß nicht Ob ich das nämlich Ähm In dem Part schon erwähnt hab Oder ob ich das Oh ja Erstmal Erstmal trinken Was total über Ne es ist nicht mal Ja toll Einmal trinken Und weiter gehen Ähm Aus nem Wasserfass Das mitten irgendwo Im Sumpf steht Lecker ne Ähm Dum 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 Äh was wollt Irgendwas wollt ich grad sagen Ich weiß es nicht Äh ich glaub ich Wiederhol Ich glaub ich werd mich später Auf jeden Fall noch Ziemlich wiederholen Ja genau Ich leg Ich trink aus dem Wasserfass Und dann leg ich mich schlafen Das ist richtig sinnvoll Hab ich das gemacht Ja manchmal denkt man halt Beim Zocken nicht so drüber nach Was tut man da eigentlich Ja ey Geh aus meiner Hütte raus Jaja Leck mich am Arsch So Da ist er Oskar Wieso speichel ich Und dreh mich um Komisch So Jetzt kann ich erstmal herstellen Und zwar Das Amulett Der Stärke Gibt plus 15 Stärke Hat einen recht hohen Goldwert Und wir haben alles Was wir benötigen Jawoll So mach ich warm Tunke ich ein In die Brühe Nehm ich Hammer Kloppe ich drauf Klopp 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 Mach's kalt Sonst klebt es am Finger fest Schau es mir an Finger Das hab ich im Let's Play Auch schon gesagt Das ist ein scheiß Amulett Das kann ich am Finger festkleben Ähm Ja Amulett der Stärke Wey Und da ist Oskar Zeig mir deine Ware Ich möchte die Bartachs von dir Zack Warnkorb handeln 400 Gold weniger Bleiben noch 48 Gold übrig Bäm Ja Ich lege noch 400 Gold drauf Tschüss Tschüss Inventar Dann trinken wir erstmal unseren Stärketrank Wey Plus 5 Stärke Wir sind so mighty Und dann die Bartachs So Jetzt haben wir eine richtig 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 mächtige Waffe Ähm Allerdings benötigen wir noch ein Gegenstand Und zwar Ähm Haben wir jetzt einen Axtring an Der gibt uns Axt plus Axtkampf plus 1 Wir wollen allerdings Axtkampf plus 2 haben Also wir Also standardmäßig hat man einen Skill Ähm Bei der Axt von 1 Und ähm Wenn man Es gibt eben 2 Ringe Die Axtkampf Da seht man ja was die Was seht man ja was das Schaden macht An dem Wolf Ja aber der trifft uns leider Und zack Seht Seht man an was das Damage ist Das ist Wahnsinn So Und Verreckt du Wolf Genau Wir wollen auf jeden Fall Standard Skill ist plus 1 Und wenn man dann Ähm Ja da oben sind Heil dich mal Das ist eine gute Idee Du wirst jetzt trotzdem sowieso gleich sterben Sobald ich das richtig in Erinnerung hab Weil ich mich total blöd anstirb beim Kämpfen Und zack Und Oh 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 Ich greif dich an Und ich Sterbe beim letzten Viech Oder Jawohl Ähm Axtkampf Ich muss es jetzt zum dritten Mal sagen Axtkampf Schwertkampf Und Stabkampf Hat man standardmäßig auf 1 Und man kann eben durch die Ringe Kann man Ähm Noch was dazu bekommen Und zwar kann man 2 Ringe tragen Und dann kommt man auf Axtkampf Plus 3 So Und an dieser Stelle werde ich jetzt den letzten Cut An einen Cut machen Und der nächste Part ist der letzte Part Der nachsynchronisiert ist Bis dann Leute Ciao ciao